Neue Wasserspender im Terminal des Frankfurter Flughafens bieten nicht nur kaltes Wasser und somit einen besonderen Service, gerade auch für die ausländischen Gäste. Für unsere internationalen Gäste haben wir ein neues Angebot. Sie wissen vielleicht, im asiatischen Bereich ist es sehr üblich, warmes Wasser zu trinken, sich auch eine Nudelsuppe zu machen oder einen Tee zu machen. Das haben Sie erstmals in Frankfurt auch die Möglichkeit über Warmwasserspender, wo Sie kostenlos Wasser nutzen können und für unsere europäischen Kunden, das ist ja immer noch der größte Teil, auch da haben wir neue Wasserspender implementiert, vor allen Dingen mit kaltem Wasser. Das heißt, Sie können dort Trinkflaschen, die Sie mitbringen, die Sie auch durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen dürfen, ohne Inhalt natürlich, dann auf der Luftseite im Sicherheitsbereich auffüllen und können so viel trinken, wie Sie wollen. Das Angebot ist nämlich kostenfrei.